alle guten dinge sind vier erbrecht und deswegen haben wir jetzt einen vierten aus dem rostocker zoo mit dazu gekommen ist die freya freya sieht aus wie ein elch aber als hätte man die luft rausgelassen sie ist ein bisschen kleiner aber das liegt an ihrem jugendlichen alter wir haben jetzt ein mit einem jahr das ist die freya dann haben wir eine zweijährige eine dreijährige und vier jahre ist ja unser hans jürgen so haben wir jetzt jedes jahr einen neuen elch bekommen und haben jetzt unsere gruppe komplett ein mann mit drei ladies in 2,2 hektar gehege wie man hier sehen kann und da ganz hinten sind die elche im wald das reinste suchspiel aber der mario der zoom gleich noch mal was an